Hallo und willkommen! Ich möchte euch kurz vom Englisch Online Camp grüßen. Wir haben Halbzeit und the kids have lots of fun so far. Die Kinder haben Projekte gemacht im Camp. Wir haben von ihren Lieblingsgereisen, Reiseplänen erzählt, von ihren Lieblingssportarten. Sie haben Comics geschrieben, Gedichte und das natürlich alles auf Englisch. Wir hatten auch viele, viele Einzelstunden. Nächste Woche habt ihr noch die Möglichkeit, Einzelstunden zu buchen und übernächst gibt es dann auch wieder freie Plätze für unsere Unterrichtsgruppen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Es ist wirklich ganz einfach. Ihr geht auf unsere Homepage englisch-camp.ch, klickt auf Online School, dann hier auf unser Logo. Hier seht ihr übrigens auch schon Online Camp während der Ferien. Ihr könnt hier runtergehen und seht auch unseren Wochenplan. Am Morgen gibt es die Gruppenunterrichtsklassen. Hier das hellblaue, das sind Möglichkeiten, wann ihr Privatstunden auch buchen könnt. Es gibt hier auch einen Workshop. Am Nachmittag in zwei Wochen findet ihr wieder statt. Also übernächste Woche. Und genau, ihr geht hier auf unsere Lernplattform. Einfach auf das Logo klicken. Dann nach einer ersten Anmeldung kommt man hier ganz schnell und fein rein. Hier oben kommt man immer wieder zu dieser Überblickseite zurück und man kann hier, nachdem man die Credits gekauft hat, das kommt man automatisch drauf. Das erste Mal danach kann man es hier einstellen, dass man hier bei Pricing und Plans kauft man sich die Credits und kann dann mit diesen Credits die Kurse buchen. Hier sind die Gruppenkurse aufgeführt. Einfach hier draufklicken. Die Testergebnisse. Ihr habt einen Online Test gemacht. Da kommt ihr einen Link. Ihr habt also einen Wert am Ende und könnt euch dann dementsprechend in die Kurse hinein buchen. Hier sind auch noch unsere Privatunterrichtsstunden. Da sind die Lehrer jeweils aufgeführt. Savannah, Alex, Laura und Malice und Emma warten auf euch. Ihr könnt jeweils schauen, euch frei aussuchen, wen ihr haben möchtet. Die grünen Seiten hier sind die verfügbaren Seiten. Und ich freue mich total. Unsere Lehrer kommen richtig gut an. Und ihr seht hier, wir haben alle eine Fünf-Sterne-Bewertung. Die leisten wirklich tolle Arbeit. Und genau, zurück zum Dashboard-Übersicht hier. Genau, hier klingelt es schon die ganze Zeit. Ich habe nämlich bei meinem Mann demselben eine Unterrichtsstunde gebucht. Genau, ich brauche das also auch noch. English for Advanced Students, also für Fortgeschrittene. Am Anfang kommt immer noch ein Test, den habe ich jetzt hier schon gemacht. Und ich habe eine kurze Erinnerung, was es Neues gibt. Ich bin jetzt also hier auf unserer Internet-Plattform, unserer Online-School. Und das Tolle hier ist, also genau, der Lehrer ist noch nicht da. Der kommt heute auch nicht mehr. Wir machen jetzt keine ganze Stunde, sonst dauert es so lange. Aber der Lehrer kann dann hier auf diese verschiedenen Tafeln, kann auch mehrere Tafeln aufmachen, das Unterrichtsmaterial hochladen. Und ich schreibe dann einfach rein, die Antworten rein. Das ist wirklich ein tolles System. Und ich zeige euch nur mal ganz kurz, ich sage jetzt mal Welcome und Join us. Ich freue mich jetzt sehr, wenn ihr dabei seid. Und nochmal zur Erinnerung, wo ihr das Ganze findet unter englisch mit sh-camp.ch. Bis bald! Eizhaun Eizhaun